Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK Survival Evolve zusammen mit dem ZMC. Hallo ZMC, ich grüße dich. Hi Gonzo, salut zusammen. Herzlich Willkommen. Hat der erstmal einen mitgekriegt. So, hier draußen haben wir erstmal einen Drop. Fangen wir die Folge mal so an und öffnen mal den Drop hier. Oh, zwei Beete, ist das dein Ernst? Oh ja, bitte. Willst du die haben? Ja. Ja, Bauplan, ne? Ach so. Nee. Ja, und ich habe soeben noch einen tollen Kommentar, zwei tolle, drei tolle Kommentare von DarkShadowWolf bekommen. Er hat sich wirklich die Mühe gemacht, beim ersten Mal, wo ich gestorben bin, die Koordinaten rausgeschrieben. Er hat sich noch mehr Mühe gemacht, beim zweiten Mal, wo ich gestorben bin, ebenfalls die Koordinaten rauszuschreiben. Herrlich und herzlichen Dank für deine Mühe. Wie ich, als ich es gerade so gesagt habe, wir zwei haben nur so gelacht. Herrlich, herrlich. Ja, es ist richtig geil. Viel Spaß mit euch. Dankeschön. Es ist richtig geil. Kurze Anmerkung noch dazu. Das Problem bei der Sache ist halt immer, wir produzieren ja immer ein paar Folgen vor. Und heute kam die Folge raus, wo wir, beziehungsweise wo der ZMC das erste Mal mit mir zusammen Öl gefarmt hat und gestorben ist. Ja, ihr habt es dann, ihr habt es ja dann gesehen in der Folge, die danach kam. Wir haben alles wiedergefunden und trotzdem danke DarkShadowWolf. Nur wie gesagt, wir produzieren ein bisschen vor und aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Mühe, die du dich machst. Das ist echt, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach nur der Wahnsinn. So, und in dieser Folge, ich bräuchte so langsam mal, wir haben ja gesagt, wir werden uns jetzt so ganz langsam darauf vorbereiten, dass wir die Höhlen mal in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir Waffen. Waffen, Munition, bessere Rüstung, haben wir auch schon ein paar Mal von geredet. Und deswegen würde ich den ZMC jetzt einfach mal bitten, dass er mir ein bisschen Obsidian herstellt, äh Obsidian sag ich, Polymer brauche ich. Und zwar bräuchte ich für die Sturmgewehre jeweils 60, also das macht dann einmal 120. Und für die Scharfschützengewehre brauche ich jeweils 115, das heißt, äh, 115 oder 115, äh, 230, das heißt, ich bräuchte so um die 350 Polymer. Kannst du mir die vorherstellen? Sprinst du? Also ich bin jetzt ja schon dran am Polymer herstellen, aber sprinst du so viel? Nee. Alter, da bin ich ja die ganze Folge hier am Herstellen. Okay, Hans, alles klar, du kriegst einen richtig schönen, deftigen, herrlichen, Supreme-mässigen Zeitraffer. Exklusiv für dich, ne? Und, ähm, ja, wenn ich dann das ganze Polymer hergestellt habe, vielleicht komme ich ja noch dazu, ein paar Gemüsebeete zu, äh, zu platzieren. Also gut, ähm, ja, äh, Alchemist, ZMC, ne, Alchemist, äh, Produzent, ähm, ZMC, ähm, ja. Macht sich an der Arbeit, ne? Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ein Zeitraffer in der Folge vom ZMC, dass ich das noch erleben darf. Das finde ich gut. Na gut, bei mir gibt's diesmal keinen. Äh, ich kann schon das erste Gewehr herstellen. Das werde ich jetzt mal tun. Klickst du die alle einzeln an? Ja, sonst macht's ja keinen Spaß. Das macht's ja keinen Spaß. Sonst wird's mir ja noch langweilig. Ich weiß, ich könnte das Dreieck drücken, ne? Aber... Ja, ja, zum Beispiel, also du kannst ja Dreieck drücken, um alles herzustellen, oder, ähm... Äh, nee, Viereck, Viereck, Entschuldigung. Nee, Quatsch, Dreieck ist alles herstellen, oder du kannst mit Viereck fünf herstellen. Genau. Und so weiter und so weiter. Genau. Aber eben, sonst wird's mir ja nur langweilig, ne? Ja. Wenn ich ja hier schon warten muss für meinen Zeitraffer... Der Hans wird sich schon die Hände reiben, ne? Aber lass sie mal bitte ganz kurz einmal durchlaufen, damit ich schon mal das erste Gewehr herstellen kann. Du siehst das schon unten in der Warteschleife. Ja, ich bin ja dran. Ja, ja. Ich hab ja hier schon über 100 produziert. Wow. Also hör auf zu stressen hier, ne? Ich stresse nicht. Nein, bitte. So, das erste Gewehr wird hergestellt. Diese ganzen Farmen, das ganze Farm im Stundentakt gleich ist, ist alles wieder weg. Im Minutentakt alles aufgebraucht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, da kann ich ein bisschen SMSen hier nebenbei. Jetzt kann ich schön warten. Ja, Kaffee trinken. Ja, guck mal. Zack, zack, zack. Wir haben das erste Gewehr. Ah, unser erstes Sturmgewehr. Haha, geil, 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 geil. Das lege ich mal hinten in unseren Waffenschrank. Da, wo es dann hingehört. So. Nehmen wir es wieder raus aus dem Inventar. Und dann werden wir es in den Waffenschrank legen. Jetzt muss ich mal gucken. Licht drinne. Die erste Munition ist auch drinne. Die weitere werde ich herstellen. Und Freunde, ja, der ZMC hat mir ja den Kochtopf hingestellt. Und ich habe schon die ersten Versuche gemacht. Wegen dem medizinischen Gebräu. Und ihr seht, es hat geklappt. Medizinisches Gebräu. Ihr braucht einen Kochtopf. Dann braucht ihr diese Wasserschläuche, die ihr mit Wasser befüllen müsst. Dann braucht ihr Nacodex. Und ihr braucht die Tinto Berries. Und dann könnt ihr das medizinische Gebräu herstellen. Ich zeige es euch mal kurz. Und Farbe hast du noch hergestellt. Ja, Farbe habe ich auch noch hergestellt. Ja, weil ich die Kohle nicht rausgenommen habe. Hm. Rote Farbe. So. Ups, da denkt man, seine Erkältung wäre weg. Aber gegen Abend kommt es dann doch noch mal zurück. Hm. So. Da habe ich gleich die ganzen Säcke gefüllt. Ist natürlich Quatsch, dass wir die jetzt schon herstellen. Weil ich muss die dann herstellen, kurz bevor wir uns zu den Höhlen aufmachen. Weil die haben ja auch nur eine gewisse Haltbarkeit. Ich glaube, die ist im Körper oder so auf zwei Stunden begrenzt. Was denn? Der ist medizinischer Gebräu. Ich gucke mal. Ja, auf zwei Stunden ist das ungefähr begrenzt. Aber einfach mal, damit ihr es mal gesehen habt. So, ich lege die jetzt hier rein. Und dann entzünde ich mal das Feuer. Und dann schaut euch an, was passiert. 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 Beklag dich nicht, komm. So, jetzt schnell die Kohle raus. Dann haben wir gleich wieder Farbe hergestellt. Oh, Farbe ist immer gut. Kann ich gebrauchen. Jetzt ist es zu spät. Und wie ihr seht, wir stellen medizinisches Gebräu her. Eins, zwei oder drei, wenn das Licht angeht. Das geht ja gar nicht. So, wie sieht es denn bei unseren Tieren aus? Habt ihr noch genug zu futtern? Haben sie. Schön. So, und der ZMC, der steht hier immer noch. Er ist gerade im Zeitraffer. Haha, finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, Schießpulver müssten wir noch weiter herstellen. Dafür brauchen wir noch, ähm... Genau. Holzkohle und Zündpulver. Äh, dann stellen wir jetzt erst mal weiter... Dings her. Und holen wir uns schon mal ein bisschen Holzkohle. Und, oh, ich könnte ja mal weiter die Öfen durchlaufen lassen für Metallwachen. Das habe ich nämlich schon hier reingetan. Hm. Holzkohle hier reingelegt. Hier haben wir noch Stein. Müssen wir auch wieder reinlegen. Ach, siehst du, Feuerstein. Feuerstein hätte ich mitbringen müssen. Na, dann gehen wir nochmal zurück und holen nochmal ein bisschen Feuerstein. Der hier drin sein müsste. Jawohl, Feuerstein. Ja, ist alles so eng gebaut hier. Um. Naja, und wie gesagt, das sind jetzt halt die ersten Vorbereitungen für die Höhlenexpedition, für unsere Artefakte. Weil ohne Waffen und ohne Munition werden wir ja nicht weit kommen. Nicht wahr? Oh, der ZNC redet nicht mehr mit mir. Er ist ein Zeitraffer. Ja, ich aber nicht. Ja, ja, mein lieber Freund, ne? Also einen tollen Job hast du mir gegeben, ne? Mhm. Ich weiß, ich weiß. Also wenn ich dich darum gebeten hätte, ne, dann hätte ich geißen, ne, mach ich nicht. Nein, kein Bock, ne? Kannst du selber machen. Ja, ja. Ja, siehste. Du kannst halt doch gut zackstreichen. Ja, da wenigstens etwas. Ja, Freunde, ich weiß, das ist jetzt nicht das Interessanteste, aber es ist auch sowas. Es gehört einfach dazu. Und ab, 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 ich sag mal, dann beim nächsten Mal machen wir es dann im Off. Aber man muss es ja auch mal wieder gezeigt haben, wie wir die Waffen herstellen, wie wir die Munition herstellen. Obwohl, ich glaube, das mit der Munition, das hatten wir vor ein paar Folgen, ne? Ich glaube, da hatte ich schon die erste Munition mal hergestellt. Und ich schaue ganz bekloppt meinen Arm an. Ja. So ist das. Ja, es ist dann gleich fertig. Wow. 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 So, das kann jetzt hier noch weiter durchlaufen. Ich nehme mir mal wieder ein paar Portionen Cheese-Pulver hier raus und werde die schon mal in den Fabricator packen. Da ist zwar schon einiges drin, aber wir werden auch noch einiges brauchen. Ja, 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 ja. Zusätzlich natürlich auch noch eine Masse an Metallbarren. Metallbarren stelle ich allerdings auch schon gerade wieder her. Ich hatte ja noch mal gefarmt zwischen der letzten und dieser Folge. Ich habe mir die Öfen noch mal komplett voll gemacht. Na, ist noch nicht viel. Was dabei rumgekommen ist. Aber ihr seht, der Gonzo war fleißig. Der Gonzo war richtig, richtig fleißig. Hatten wir hier eigentlich noch Metallbarren drin in der Werkbahn? Ach ja, geil, ja, gucke mal. Und Metallbarren. So, lieber Hans. Der Zeitraffer ist zu Ende. Exklusiv für dich. Zeitraffer. Und ich bin fertig mit dem Produzieren. Ich gehe jetzt wieder hoch zu meinem Gewächshaus und werde da, ähm, ja, werde da. Ich wollte eigentlich Gemüsebeete pflanzen, aber sie sind ja ausgegangen. Ja, toll, ne? Das ist ja schön, aber wenn du den Fabricator nicht mehr brauchst, wieso lässt du ihn dann an? Oh, habe ich vergessen, den auszuschalten. Ja, ist egal. Ich habe ja dich, mein Freund, ne? Ja, 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 ja. Ja, Leute, das ist halt immer so, ne? Entweder mache ich ihm die Türen zu oder er macht ihr die Türen zu. Und, naja, so ergänzen wir uns halt, ne? Richtig, richtig. Und ich sehe gerade, Zement ist ausgegangen. Das heißt, ich muss jetzt eben nochmal wieder ein paar Biberdämme plündern. Und du sollst bitte die ganzen Biberdämme plündern, ne? Natürlich, 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 natürlich. Weil sonst wird nichts nachproduziert. Ich weiß, ich weiß. So, hier haben wir unser zweites Sturmgewehr. Aber, wie gesagt, für die Scharfschützengewehre, da mangelt es jetzt halt an Zement. Ich mache mich auf den Weg und werde Biberdämme plündern. Gut. In der Zeit werde ich hier mal zwei Gemüsebäte positionieren. Ich werde es ganz schnell machen, damit der liebe Hans nicht reklamiert wird. Ja, der liebe Hans hat mich getriggert. Ich mache jetzt extra langsam. Das ist der Vorführeffekt, konnte ich eigentlich so nicht. Gut, so, jetzt können wir das platzieren. Zack. Was ist das Nächstes? Ja, hier ist ein Biberdamm, aber hier ist ein Biber in der Nähe. Das heißt, da halten wir uns von fern. Ah ja, gut. Hier auch. So. Warum ist Flying Stone eigentlich so langsam? Oha. Was? Oha. Flying Stone ist beladen. Okay. Mit Bären ohne Ende. Aufpassen. Oh, falsch. War falsche Taste. Das fehlt mir noch. Sicher Stein, ne? Freunde, der Trike steht immer noch hier. Das ist so geil. Was steht noch da? Der Trike ist immer noch da hinten in der Ecke. Jetzt schon seitdem wir hier im Hidden Lake sind, ist dieser Trike da hinten in der Ecke. Okay. Hm. Es sieht aber gerade bei uns etwas mau mit diesen Biberdämmen aus. Hier noch irgendwas am Biberdamm? Oder hier vorne noch irgendeinem Biberdamm? Eventuell. Ein Tech-Raptor! Oh, das finde ich ja gut. Das finde ich gut. Ein Tech-Raptor fehlt mir noch in der Sammlung. Gucken, ob ich mir den gönnen kann. So, Flying Stone, du kommst auf Passiv. Bist du auf Passiv? Nein. Ich stelle dich jetzt mal auf Passiv. Da muss ich eben die Pfeile wechseln. Weil ein Tech-Raptor, der fehlt uns noch. Der fehlt mir noch in der Sammlung. Und Freunde, das wird dann das Letzte sein, was ich in dieser Folge mache. Ich werde hier auch keinen Zeitraffer oder sowas jetzt mehr einbauen. Nee, ich werde ihn nur... Wo bin ich denn jetzt? So, Freunde. Ich habe hier die Gemüse... Die Gemüsebeete habe ich da positioniert. Auf jeder Seite. Ja. Gonzo, was meinst du? Zwei, vier, acht Beete lang reicht dir? Oder willst du mehr? Hm. Warte. Oh, ich habe ihn gekillt. Warum habe ich ihn gekillt? Oh, er war Level 3. Was willst du? Oh, ich habe auch den Steinfeil. Ich habe doch gerade... Nee. Jetzt hat er Betäubungsfeil. Äh. Ja, mal wieder Big Fail. Big Fail, Big Fail, Big Fail. Oh nein. Ja, Leute. Was wolltest du wissen? Ich wollte wissen, reichen dir acht... Mir? Mir ist das egal, wie viel Beete du da machst. Ja gut, dann machen wir acht. Das sollte reichen eigentlich, ne? Ja. Und Freunde, der ZMC, da könnt ihr noch ein bisschen weiter gucken. Meine Folge ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich mal wieder, dass ihr zugeschaltet habt. Freue mich darauf, wenn es morgen weiter geht. Müssen wir mal gucken. Ich werde das jetzt mit dem ZMC noch durchquatschen, was wir als nächstes machen. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich verabschiede mich bei euch und übergebe für meine Folge das letzte Wort nochmal an den ZMC. Genau, und da ich einen Rüffel von der Regie bekommen habe, natürlich, die Regie ist der Gonzo, dass ich immer überziehe, habe ich mir jetzt mal gedacht, mache ich etwas eine kürzere Folge, weil, ja, das ist gerade perfekt für den Abschluss hier, weil ich muss so oder so wieder Material herstellen, also farmen und natürlich dann auch herstellen. Und, ja, Zeitraffer wird es geben und schön wart ihr dabei und bis auf das nächste Mal. Merci und ciao miteinander. Tschüss, bis morgen.